Hey! Hey! Da kriegt ein Mädchen bei dem Taxi ein Kind! Das Blut ist wiedergeboren. Die Wiege des Schreckens. Der Pfarrer fand es heute Morgen, als er die Kirche aufgemacht hat. So was habe ich ja noch nie gesehen. Darf ich fragen, euer Ehren, wo Sie diese Kreaturen unterbringen wollen, damit Sie niemandem Schaden zufügen können? An einen Ort, wo noch nie ein Mensch gelebt hat. Sie würden von mir. Sie würden von mir. Und die Neuner sind sie da. Der alte Kuh, kurz wie mein schönes Auto. Ich liebe mein Auto. Und du reichst. Nur nicht so laut, sonst wecken wir das Kind auf. Sehen Sie sich vor. Und du reichst. 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 Vielen Dank.